Meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's Play World of Tanks ist das Spiel. T29 ist der Panzer und Code Dex ist der Spieler. Ja, dazu haben wir noch hier das Flugplatz und ansonsten ein Standardgefecht. Ja, sind wir mal sehr gespannt. Oh, ich bin ans Mikrofon gestoßen. Entschuldigung. Sind wir mal sehr gespannt, wohin er geht. Aber der T29 ist ein fantastisch guter Panzer auf Tier 7 als Heavy. Definitiv brauchbar. Und er erfahrt hier, wohin man es schon in der Theorie kennt. In die Mitte, weil da kann er viel mit seinem Turm arbeiten. Er hat eine gute Neigung, kann nach unten wirken. Er hat dann da eine ordentliche Panzerung und seine extrem weiche Frontpanzerung, die man gerne und einfach durchschlagt, die ist dann da ein bisschen abgedeckt. Da drüben hat er jetzt einen VK28 offen. Der weiß von seinem Glück noch gar nichts scheinbar, dass er da so dumm steht. Aber nach dem ersten Hit hat er dann schon gemerkt, okay, so geht das nicht. Der Lux da vorne ist dafür jetzt ganz schön mutig und wird natürlich auch bestraft, weil so nach vorne fahren ist einfach nicht mein Freund. Da oben steht schon den ersten, den wir da erreichen können, wenn er hier ein bisschen weiter fährt. Man sieht es schon. Und da kommt er drauf. T34 kommt da nicht drauf da hinten. T43 versucht es aber vielleicht nochmal. Einzige, auf was man hier besonders aufpassen muss und gerade in diesem Gefecht sind die zwei Artis, weil die sind natürlich immer ganz gerne da oben eingeschossen. Und da steht schon einiges, aber auf dem VK könnte jetzt gut gehen. Genau, sehr gut. Und den VK macht er weg. VK prallt seines Zeichens ab. Ja, T46 Light ist halt natürlich nicht unbedingt der schwerste Gegner für einen T29. Der T43 probiert es hier nochmal. Wäre fast gesnapshottet worden. Die ist... Oh, es war natürlich ein herber Hit von der SU. 764 Schaden. Das tut schon sehr, sehr weh. Da revanchiert er sich wenigstens mit der Hälfte. Jetzt kommt die SU aber vor. Die will jetzt hier unbedingt den Kill haben. Prallt jetzt hier aber ab. KV1 prallt auch ab. Jetzt kann er auf die SU schießen. SU rammt ihn. KV1 prallt nochmal ab. Jetzt muss er hier schnell schießen, bevor die SU nochmal dazukommt. KV1 prallt weiterhin ab. Das ist kein Problem. SU nimmt da raus. So, jetzt hat er die Deckung. Jetzt kommen schon die nächsten. Jetzt kommt auch ein T29. Die wollen alle hier rumdrücken. Er hat keinerlei wirkliche Hilfe mehr im Hintergrund. Der E25. Aber der schießt auch schon rein. Mehr geht einfach nicht. Er hält jetzt hier gut. Er bewegt sich. Er versucht, dass es nicht so ganz leicht auf seine Frontplatte zu kommen ist. T19 prallt ab. Oh, KV1 zündet ihn an. Der Handfeuerlöscher hat er gerade noch ausgereicht. Und jetzt fährt der T29 zurück. Den kann er rausnehmen. Aber da kommt schon wieder der Nächste. Der IS kommt jetzt auch noch in den Hintergrund. Jetzt wird es ja wirklich spannend. Dann nimmt er den IS. Kann er auch nochmal hinten. Stellt sich wieder vor. Wackelt hier, was das Zeug ist. Ist schon fast ein Bellydancer. Der IS ist jetzt. Kommt schon. Nimm ihn raus. Nimm jetzt den IS raus. Der KV1 ist hier. Oh, jetzt schießt der HE auch noch. Nicht doof. Ganz clever, dass er jetzt hier HE schießt. Und jetzt. Er zündet ihn an und nimmt ihn damit raus. Sehr, sehr, sehr schön. Brutale Action, die er hier geliefert hat. Wahnsinn. E29 schreibt auch GGT29. Das war auf jeden Fall wirklich stark. Sowas sieht man selten. Der gegnerische T25AT hat seines Zeichens schon 6 Kills. Da muss man natürlich aufpassen. Dass man den nicht doof reinläuft. Und hier. Oh, da ist er. Und da killt er ihn. Von wegen doof reinlaufen. Der T kommt. T25 kommt da und läuft ihm doof rein. Sehr schön. Wie gesagt, auch hier wieder ein bisschen mehr zurückziehen. Ah, die sind nach wie vor noch im Spiel. Die darf man nicht vergessen. So, da macht der E25 den KV1 auf. Fehlt praktisch nur noch der T67, weil die Artis stehen ja logischerweise eh irgendwo auf der 1er-Linie. Die Top Gun ist hier in dem Fall aber auch für ihn mehr als verdient. Da ist der T67 und danach sind dann nur noch die Artis im Spiel. Kriegt er? Ne, da kommt er. Oh, da kommt er doch drauf. Ganz knapp. Und dann nimmt er ihn raus. Sehr schön. So, fehlen nur noch die Artis. Weil der E25 ist dann natürlich prädestiniert dafür, die zu holen mit seiner Geschwindigkeit. T25-AT ist dann nicht glücklich, dass er seinen Krieger nicht in einen Sieg münzen kann. Da ist die Frustration einfach da. Auch wenn es nicht schön ist, es ist nachvollziehbar. Da ist die erste Arti und die zweite Arti. Beide ist da. Nehmt jetzt wohl die erste raus. Und dann lebt nur noch hier die S51. Aber auch hier wird die schon behakt. Und damit sage ich schon mal Tschüss. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin bei World of Tanks. Und ja, ein Abo und ein Like ist immer gern gesehen. Euer Eikaramba. 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 Vielen Dank.